Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Left 4 Dead. Ich konnte ja immer ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Schweres Wort, Left 4 Dead. Ja, nee, weil ich weiß auch nicht, ich weiß auch gar nicht, was ich gerade sagen wollte eigentlich. Aber Left 4 Dead spielen wir. Immer noch. Left 4 Dead 2 spielen wir, aber Left 4 Dead 1 Kampagne. Sehr schön. Das ist ganz verrückt. Aber schon einen dritten Abschnitt, oder? Es ist der dritte, genau. Oh, ne Schluss, denn das. Ich werde mal ne Schritte nehmen. So, stoppen. Ja. Ja. Haben's schon kurz nochmal hochgehielt. Geht los. Oh, kann ich mich auch hochheilen? Das Kamps war da, ne? Kein Medipack. Ne, ich hab dich geheilt. Achso, danke. Und, oh. Danke, danke, danke. Oh, das Bild erscheint aber ganz schön am Ende zu sein, was? Ja. Pack das schon. Wo ist? Der Humpelte noch her. Oh, sorry. Komm, wir lassen uns Bill vorgehen. Ich glaube, hier geht's lang. Ich hab ja noch nen B ausgeschmert. Tatsächlich leicht. Frischer Mann geht durchs Fenster. Ach, hier rüber. Da. Wo, 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 wo. Wenn lang? Ah, ich glaube, auf die Tankstelle könnte man schießen. Echt? Mach mal. Das ist eine Tankstelle. Oh, cool. Jawohl. Ja, weil... Boah. Das ist ja besser jetzt Battlefield-Bord. Du bist bedenkt, das ist schon ein bisschen älteres Spiel, ne? Ja, net, na. Musik ist schon geil. Das ist ein Verlillen-Lift. Ein... Ey, ich hänge außen dran. Also ich fahr da mal mit hoch. Ey, was ist das jetzt für ein Scheiß? Nicht, dass du oben bist. Ich bin so ein Kumpel. Hier ist ein Großer. Neko, du bist Kumpel. Ich tu dich von oben. Ja, hier kannst du mit einer Leiter hoch. Auf der Seite. Ah, ich werde weggezogen. Ah, ja. Ja. Oh, B ist gut. Und das ist noch eine Lüche. Ich möchte sie haben. Alter, wenn wir mal treffen würden, wäre das gar nicht mehr so schlecht. Oh, wir sind E-Hunter. Wo denn? Achso. Muss ich hochkommen? Ja. Ja, das geht halt nur oben. Muss zumindest weiter. Nee. Ja. Boah, keine Waffe. Vielleicht sei nix. Oh. War doch voll geklärt. Passiert wohl ständig. Ist hier nix mehr. Oh oh, ich hab ja Probleme. Ja. Ach, sorry. Ich hab dich geschossen. Nee. Oh, nee. Muss man jetzt hin? Genau da, wo ich bin. Na 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 na. Na na. Ja na na na. Na na na. So lustig. Wir geben's doch nur nochmal Pillen, dann nehm ich mal Irgendwo ist noch ein Boomer, so einer der einen ankotzen kann, das sind die Geräusche Der kotzt mich an Na echt mal Hier 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 sind Mollis Jungs Sind ihr Mollis? Jo, ich hab Ich hab schon wieder vergessen, ähm, die Zeit zu starten Was hast du schönes? Adrenalin ist ja Adrenalin Dann haut ihr das rein Na dann, Feuer frei Wir müssen den jetzt hinten her Oh, 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 oh Er ist ein Jungle Da unten ist einer Genau, durchs Lager Ich hab schon Adrenalin genommen Das ist nicht genug Das ist nicht genug Das ist eigentlich der aktuelle, left for dead, oder gibt's schon wieder einen dritten oder so? Ne Leider nicht Wo ist er denn hier? Der Krieg Oh, der ist hier, ne? Oh, komm Der hat mich gerettet Der hat mich vor kurz durchheilen Ja, wenn man wirklich komplett stirbt Es gibt einfach so, wie so Punkte, wo man mit ins Spiel geholt werden kann, sozusagen Ach so, okay Da ist man wie eingesperrt und die Kollegen müssen ihn dann befreien Aha Ganz nah Ich witsch ganz nah Komische lachende Geräusche ist so ein Jockey, der auf den Tor springt Okay Warte, ich will jetzt die Witsch mal her Ich hab das Spiel zu leise gestellt Waffe Eine gemütliche, die wird gleich gehöft Wie sehe ich aus? Wow, das war das D'ne Sorge Ey, danke Der hier, der B*** war das Moment B*** Ganz schön BUMZ, ne? Ah... die steht gut Waffen Oh, Schorschützgewehr Der AWP! Nico! Endlich! Also nicht mehr da kann ich anvisieren oder was? Das wird etwas unschön! Ich? Da ist sogar ein Zielfernrohr drauf! Willst du jetzt hier runter oder? Jaa! Jaa! Guck mal, hier liegt noch Medipack! Du? Äh, da wo ich bin! Ja, ich kann mal! Nur noch mal Pillen und Rohrbombe! Äh, die Rohrbombe hab ich schon! Ich, ja, ich kann mal probieren! Waaahe! Wir haben mit Feuer! Da sind ganz viele drin! Focke, Problem von mich! Hab mal aufgehäumt! Jörg! Die Verbandsköstenhelfen! Warte, komm her! Ja, ich steh. Komm, ich verarste dich. Danke, du hast was Gutes. Wohin nutzt er jetzt? Das ist eine gute Frage. Schienersatzverkehr allein danach. Jahrelang, ach, du Gott, jahrelang ist anders gemacht. Das ist Leute hier, wo ich keinem den Tod geführt. Das stimmt. Kannst du denn das her? Lade nach! Ich lege noch mal Munizium. Ich hab hier irgendwas... Hä, kommt mir hier her? Ja, ist noch was. Nee, noch nicht. Nee, ich hab irgendwas bekommen, irgendwas. Ach, das ist Bio. Das kannst du irgendwo hinwerfen, da sammeln sich die Zombies ringsrum, oder direkt auf den Zombie, da gehen dann die Zombies aufeinander los, sozusagen. Cool. Nice. Ich würde Schaufschützen gewähren, nicht mehr. Das ist scheiße. Ja, doch! 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 Ja! ölf竹chen! Ja... Das war... Das war... Teil. Komm! Du hсь! Oh ich würde noch malилась Munizium. Ich würd gern ne andere Waffe nehmen. Hier, komm her. Hier liegt ne, äh... Ich muss nur erstmal erkennen, wer du bist. Danke. Ich hab dir mal... Pillen dann aufgegeben, da kannst du dich ein Stück hochheilen. Ja. Ich hab schon welche gepresen. Hier, der Salk. Hier hast du welche gegeben? Ne, mir. Mir hast du die geworfen. Achso. Oh, sorry. Warte, wie kannst du dich hinwerfen? Wie kannst du dich hinwerfen? Äh, zu den Rand gehen und dann, äh... Ach, genau. Jo, hab ich gemacht. Geht's weiter, oder was? Ja. Wohin? Dort hinter. Jo, Pierre Dorscher. Ja. Soll ich schon hinwollte, haha. Ha. Ich war schon auf dem Weg. Das Mercy Krankenhaus müsste genau über uns sein. Mercy? Oh, Mercy. Fett, fett, fett. Guter Schuss! Liegt was? Kettensäge. 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 Oh, 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 was ist das denn? Och. Hunter. Hast du ein bisschen, ich finde es gut, dass es ein bisschen dunkel gehalten ist. Fett so irgendwie. Hm. Ich sehe nichts. Hab eigentlich ein Glück. Das weiß ich. Das tut mir auch leid. Geht's jetzt weiter? Äh, leider auch. Leider nicht so ungeduldig. Die Leider hier. Ja. Denk ich, dass er die meint. Ja. Quäle, ja. Dann kommt das weiter. Oh. Boah. Warte. Nein. Boah. 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 Ja. Ja. Boah. und hat das Sinn hier auf sich mit Infektionen ausgebrochen ist, sag ich jetzt mal. Soll ich schon einen Schützerzüger? Da war hier vorhin die Fresse. Mann, das soll jetzt vielleicht rumkratzen, dann machen die jetzt alle quasi da hin. Die Stehmütte da, wo wir kotzen. Naja. Und würden sich dann da drinnen rumziehen, wie so ein Hund, der im Schlamm... Tötes Tier findet. Oder ein Tötes Tier. Schnell, zum Krankenhaus! Oh ja, Krankenhaus. Closed. Leider, leider geschlossen, wir müssen wieder gehen. Dann gehen wir wieder. Ist noch ein eigener. Ah! Danke. Wir liegen noch im Edipack. Ja. Wird es nehmen. Na gut. Achso, warte. Wie wärst du? Wie wärst du live? Ich hab 17. Oh. Kriegste. Achso, hier gäbste nur kleiner Tretter. Hier ist gerade... Mapende. Vielen Dank. Puh, danke. Ab in den Schutzraum. Na, ich geh mal, du Hund bist aber auch schon ziemlich schön. Jaja, aber hier. Ist ja leider. Boah! Die Bildschirmkammer zu schießen. Sind wir alle drinnen? Ja. Ohne Momento, oder? Ich will mich nicht noch heilen. Ja, gut dann. So, es läuft. Gut gemacht. Sehr schön. Hui. Ach nee, wie bei CSGO-Zoder. Ach gut, ich hab's aber schon öfter gespielt. Hm. Ihr habt's ja noch gar nicht gespielt, ne? Hm. Das stimmt. Nein. Ich bin echt voll da. Wir sind sicher. Fürs Erste. Ahu. Ahu. Ich will wieder zuweser. Jürgen, schreien wir noch Medipacks? Schreien, schreien, schreien. Schreien, schreien. Schreien. Oh, Bill kriegt keinen. Nee, der Bill ist scheiße. Oh, der hat's ja entgenommen. Oh, der richtig ist noch Maggi. Ich kann mich töten, ne? Maggi? Ja. Lade nach! Na dann, lass die Spiele beginnen. Ich bin ja... Ach, schon mal mein Monik. Ich hab eine AK7-Fahrer, scherlich. Die hatte ich die ganze Zeit. Ich hab jetzt so geschöne in den Führer oder so. Kannst du die Tür aufmachen? Ja. Ja. Ok. Habt ihr gewusst, dass der... Ja. Mann, der die Kalaschkruppe gefunden hat? Oder was der bekommen hat von der russischen Regierung? Nein. Was denkt ihr denn? Was der schönes, oder was der so bekommen hat? Ein Apfelbaum. Weil man denkt, das ist ja der meistgebäute Waffe der Welt, ne? Ja. Da denkt ihr, dass der ja irgendwie ein sehr reicher Mann gewesen sein muss. Nö, ich denk nö. Er hat einen Erdort bekommen. Haben die Menschen geholfen oder getötet? Krieg hätten nichts. Nichts. Keinen Cent. Noch nimm mal nen Apfelbaum. Bitte? Noch nimm mal nen Apfelbaum. Noch nimm mal nen Apfelbaum. Warum Apfelbaum? Wissen ich nicht. Also wenn... Wenn jetzt jemand was Gutes für mich tun würde, ich würde nur nen Apfelbaum schenken. Ist gut dann. Ich hab gerade irgendwie ne Gasflasche aufgenommen. Sind die mit Äpfeln dran oder müssen die erst noch wachsen? Die müssen natürlich erst wachsen. Ah ok. Das ist ja cheat, ne? Ja. Ich bin ja... Ich bin... Jetzt gehen alle rüber, ich bin auf Adrenalin. So dann. Boah, du legst ja richtig los, ja? Ja, ich... Ich muss ja warten, bis der Scheiß-Säure weg ist, ne? Sehnt doch niemand. Hier liegt ne Rohrbarn. Hahaha. Lalalala. Geht's hier irgendwo weiter? Ja. Nicht so. Hier geht's bestimmt die Treppe nebenher. Hilfe! Habt ihr das gesehen? Boah. Hier hat noch irgendwo nen Boomer. Daaa. Da. War einmal. Hat... Hat geboomt. Oh. Seh ich etwa als wie nie! Die M4 oder was auch anderes ist. Ohhhh. Pass auf, wo du hinziehst! Hat umgekommen. Oh oh. N5 Hm... Hm... Ich komm mir jetzt wieder ne Leiche, die können wir ein bisschen... Ich komm mir jetzt wieder ne Leiche, die können wir bissl... Händen! 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 Achtung! Der Zombie ist eigentlich auch ne Leiche oder? Wie muss man es eigentlich so sehen? Rein rechtlich gesehen ist ein Zombie auch ne Leiche oder eher nicht so? Ne wandende Leiche. Ja doch, ist ne Leiche. Ne wandende Leiche. Hat der dann eigentlich noch Menschenrechte? Denke nicht. Das ist eigentlich eine gute Frage. Das könnten wir ja mal erörtern. Drum, warum macht man ja irgendwelche medizinischen Versuche nicht an Tieren, sondern an Zombies? Hm. Das ist eigentlich möglich, ne? Ich denk das moralisch, moralisch verbreitet worden. Irgendwann hat er die Treppe nur. Ähm. Welche Treppe denn? Äh, da wo ich stehe. Mach einen groß. Du hast gesagt, wir sollen sie dahin kommen. Ja, aber nicht unbedingt da durch. Komm um hin. Dein Leben an. Dein Leben sieht gut aus. Oh oh. Von dem Unkampen. Fetty McFett-Fett. Lade nach! Ach komm, schnell jetzt, bevor der Bühne so nahe kommt. Und jetzt? Warten wir. Bis er sich verbisst. Schön auf Adrenalin geht los. Ja. Hier gibt's Waffen. Hier gibt's Waffen! Und das ist diesmal nicht angenehm. Und das ist diesmal nicht angenehm. Lade nach! Ja. Da ist wo wir ihn irgendwie. Ich will gar nicht. Ich renne glaube ich ganz in dem Kreis oder so. Ah, schön. Ja, allerdings. Ich bin mit dabei. Ich heiße ja. Ja. Ich bin doch die ganze Zeit danach gehandelt. Zumindest jetzt ja. Gut gemacht! Hups! Hups! Ja, ist ja gut. Ja, das ist echt. Ich bin bestimmt hier gespielt. Panzer? Hab ich. Hilfe, Hilfe! Jo, raus. So. So. Hier gibt's Waffen! Wo ist das? Äh, Eikomo? Ja? Ja. Wo? Gibt's Waffen. Du wolltest doch dein Schriftstilzgewehr los haben. Hier gibt's Waffen! Nee, das ist gar nicht so schlecht. Ist recht stark, sag ich mal. Weiter? Ja. Los. Wo lang? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was lang geht. Als wenn's schon kurz mal gespielt. Durchgespieltes Spiel. Ja, das ist klar. Verdammt! Ziel woanders hin! Also hier sind wir von Krüger. Und Schwester. Seien wir nicht so, seien wir nicht so sechistisch. 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 Waffen! Wir müssen den Aufzug holen. Aufzug. Fähig. Ah, da kommt auch dann wieder eine ordentliche Horte noch. Ja. Gut, ich versteck mich jetzt auch nicht drauf. Ich öh. Komm mit. Könnt der Negro alleine machen. Doch, mach das. Okay. Okay. Kommt drauf, ja. Jo, geh mal von der Tür bei, ich werfe mal Feuer hin. Oh, die macht den Tür kaputt. Jo, geh mal weg. Ein, komm von der Roten. Ja, komm von der Roten. Ach, Scheiße. Wo kommt das bisher her? Das war nur für Quatsch. Oh, Bös, Tod. Oh, traurig. Ne, noch nicht ganz. Der liegt bloß da. Das macht der schon noch. Der kann immer noch mit der Pistole schießen. Wir müssen ihn retten. Oh, schnell, schnell. Die Lunge, der brennt! Die Lunge brennt. Die Lunge brennt. Ja, die Lunge brennt. Jetzt müssen Opfer gebraucht werden. Oh, schade um die. Oh, sorry. Von hinten. Ne, das war ich. Sorry. Ach so. Hilfe! Ja, komm der Neuer. Die Tür hält mich. Die Tür würd ich dir mal helfen. Ähm. Ah, es geht in den Aufzug rein. Okay. Ah, hier ist kein Zeugfeld. Der Bö, der wimmert in seinem Leben. Da kommt ihn auch. Denk ich. Bö, mach's gut, ja? Den Zungenbimbo hier. Oh, würden sie bis alle bereit sind. Ach, nee. Das war schon schlimmer. Und hoch. Hoffentlich ist es deine Nachbar. Ach, Bö, komm jetzt rein. Du stirbst eh gleich wieder. Warte, muss heilen. Boah. Komm halt rein. Ich bin bescheuert. Du stirbst eh gleich wieder. Ja. Warte, Blutscher. Ähm. Du, Mann. Ich geh mal hochheilen. Du, Mann. Ich geh mal hochheilen. Ja. Da rennt die ganze Zeit mir noch die Gretchen hochgeschoben. Hallo. Ja. Weil der Stil hat. Ja. Der hat Steam. Auch das. Das könnt ihr ja nicht spielen. Komm, wir schieben das gleich raus. Ja. Ich entwickle langsam so ne... so ne... so ne... so ne... so ne... so ne Hass irgendwie auf den Bö. Ob ich da auch gar nicht gedacht hab. Jawoll. Ja. so ne... 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 achten scheul! Au! He! Stand gerade drin! Das mache ich mal her! Uh! Wiss nicht Witch! So! Ike mo! Ah! Zeig mo! Au! Aua! Dann noch eine Hand, da! Ich hab ja ne Gordtaschen dran, ich kann ja nicht helfen! Oh, da trieben ist sie mit! Wo denn? Ach du Scheiße! Ui! Ich tanze da immer näher! Oh, er kommt nicht zu sehen! Oh, die Wäsche! Soll ich Sand schießen? Okay Hab ich einfach rübergeschubst Lade nach! Unfreundlich Ich denk mal hier müssen wir dann auch lang, oder? Ja, ich würd bloß noch fix in den Raum gucken, ob's da was gibt, wie zum Beispiel Medipack Ach, braucht doch gerne Richtig? Nö Ganz gesund sehen wir alle in den Mörder Nö Wenn das so weitergeht, schaff ich's nicht Bill weiß, wie's lang geht Stimmt Hier, es geht auch gut Hier, es geht auch Ah, sehr schön Bevor muss ich schließen In den Schutzrahmen, Leute! Kommt her! Kommt nicht ganz schnell hier, Medikets da! Oh, 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 oh! Verschaff dich, du ne? Deck mich mal Deck mich Deck mich! So, schnell komm rein, Zeug! Ich bin noch schon drinnen! Ach so, dann, dann wasch meine Abwiene! Kannst du machen? Schließt die Tür. Nee, komm mal schnell, komm mal schnell her, aber... Nee, das hab ich schon eingesackt. Achso, gut. Das ist der Billcance kriegt. Ich hab auch einen Ends. So, jetzt kannst du zu machen, ja, ja. Dann kennst du mich herum? Nee, warte, ich hab... Ja, wir können dich da heien. Achso, okay. Aber, wir heien erst Nico in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, danke. Adios. Tschüss.